Ich sah ihr hinterher und wunderte mich kurz, wo Baro, der vierte der Runde, abgeblieben war. Sieh an, Nummer 19 hat eine Freundin, wenn man von den Namenlosen spricht. Ich wirbelte herum und blitzte den jungen Händler wütend an. Ich heiße nicht Nummer 19, zischte ich. Ja, ja, sagte Baro gelangweilt und wedelte mit der Hand. Ich weiß, Tirasan Passario und all der Quatsch. Meinst du, den Mist glaubt dir jemand? Was hast du der Ellosan bezahlt, damit sie dir einen falschen Namen gibt? Einen falschen Namen? echote ich. Fassungslos starrte ich ihn an. Baro schnaubte. Jemand wie du hat nie und nimmer einen zweiteiligen Namen, behauptete er verächtlich. Und Passario? Was soll das sein? Ich hab die anderen im Saal gefragt. Von dieser Dynastie hat noch nie jemand etwas gehört. Ziemlich praktisch, findest du nicht, wenn man sich den Namen selbst ausgedacht hat. Also, was hast du der Ellosan bezahlt, damit sie bei dieser Scharade mitmacht? Ich hatte mir ja schon einiges von Nummer 2 anhören müssen. Aber das hier war der Gipfel der Unverschämtheit. Ich hab mir meinen Namen nicht erkauft, explodierte ich. Inzwischen starrten alle zu uns herüber, aber das war mir egal. Wage es ja nicht, noch einmal so etwas zu behaupten. Und denkst du wirklich, das wäre der Name, den ich mir ausgesucht hätte? Plötzlich waren Rustan, Nelia, Alira und der Direktor da. Rustan trat zwischen uns. Im Ernst? Glaubte der Typ wirklich, ich würde Baro angreifen? Was ist hier los? Wollte der Direktor wissen. Was sind das für Anschuldigungen? Habt ihr etwa einen Grund zur Annahme, dass unsere Ellosan bestechlich ist, Baro? Mein Erzfeind erkannte, dass er zu weit gegangen war. Nein, das wollte ich damit nicht sagen, versicherte er dem Direktor schnell. Dennoch finde ich es sehr merkwürdig, dass Nummer 19 nun angeblich einen zweiteiligen Namen hat, ohne dass er auch nur irgendeine Namensmagie gezeigt hätte. Vielleicht hatte die Ellosan ja Mitleid mit ihm und hat ihm einfach irgendeinen Namen gegeben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Baros Worte erschütterten mich. Er hatte ja recht. Wie konnte es sein, dass bei meiner Namensgebung nichts passiert war? So überhaupt nichts. Selbst diejenigen, die heute einen vierteiligen Namen bekommen hatten, hatten sich verändert. Und ich mit meinem zweiteiligen Namen? Bei mir passierte gar nichts? itte gone miiniere, was ich schab's. Blätschungen Vielen Dank.